Hallo, nächster Trailer. Ja, heute haben wir den 3.12.2019. Also nochmal diese wahnsinnige Zahl von 300 Milliarden, die ehemalige Flinten-Uschi da bereitstellen möchte, ja, in der EU, für diese Klimarettung. Und weil mich das alles wirklich so ankotzt, habe ich jetzt mal aus drei Fimmchen ein bisschen was zusammengeschnitten, weil wir ja immer noch zu wenig CO2 haben, was man tun könnte, um das CO2 ein bisschen anzuheben. Tja, ist jetzt auch nichts Spektakuläres, aber wer es dann schauen möchte, VK oder Bitshoot, die es bei Wignus TV anklicken, wisst ihr ja, Link kopieren, gucken, dass da keine Leerstelle drin ist, denn so funktioniert dann auch der Hauptfilm. Wir sehen uns dann vielleicht relativ gleich. Tschüss. Tschüss.